Das ist Max. Max ist ein sehr junger Rüde. Er ist mittelgross und ganz hübsch. Er kommt aus schlechter Haltung und jetzt entdeckt er ein neues Leben bei Gloria. Hola Max! Hola! Er hat ein süßes Gesicht. Er ist ganz lieb, ganz nett, sympathisch und Gloria sagt, er ist sehr gehorsam und stubenrein schon. Das ist toll. Wir hoffen, er findet bald eine Familie. Gloria, geht's ihm lassi, kaminas, achi, i vas cap a ells. Dazu, Max kann prima an der Leine laufen. Ara non facis cada mal amenn, Max. Camina, Camina.